ich weiß nicht ob du es wusstest aber ich habe den benjamin button effekt das heißt tatsächlich ich bin eigentlich deutlich älter als ich aussehe dass er funktioniert dass das ist auch schon das ganze geheimnis dahinter wie bekommt man es hin ernst genommen zu werden der kernfakt besteht darin dass du natürlich wenn du jetzt mit einem spediteur oder mit einem immobilienmakler oder einem anwalt zusammen sitzt dann wirst du ihm wenn er vor allem älter ist als du natürlich nicht das wasser reichen können was das thema wissen oder know how oder ähnliches angeht jetzt in seinem segment oder vielleicht sogar was das leben angeht wenn er 10 15 20 jahre älter ist als du aber in diesem kontext geht es ja nur darum dass du mehr weist als er in einem bereich von dem er keine ahnung hat also heißt du kommst ja zu ihm als agentur und deshalb verstehst du ja wie marketing funktioniert wie werbung funktioniert du hast es bei uns gelernt du kennst verschiedene fallbeispiele du hast in den live calls ganz häufig gesehen wie wir werbung schalten welche ergebnisse entstehen können was gut funktioniert was nicht so gut funktioniert das heißt du hast einen viel größeren wissen stand über das thema als die person mit der du dich unterhältst und in diesem bereich überzeugst du aufgrund des erhöhten wissen standes den du hast dadurch hast du natürlich deutlich mehr selbstbewusstsein selbstvertrauen und sicherheit während der andere ja kein wissen darüber hat oder wenig weniger wissen hat als du wodurch allein schon nur die überzeugung passiert in diesem bereich und das ist ja das einzige worum es geht weil er dich ja dafür beauftragt weil ein anwalt wird dich dann ja nicht als anwalt beauftragen weil er natürlich mehr weiß als du aber er würde dich fürs marketing beauftragen wenn du klar machst dass du mehr darüber weißt als er das funkt also die überzeugung passiert über kommunikation also sowohl verbale als auch nonverbale kommunikation nonverbale ist wie verhält sich dein gesicht gestik mimik etc und verbale ist was sprichst du und wie sprichst du das und wir menschen spüren ja ob wir jemandem vertrauen können oder nicht wir spüren ja ob die person ahnung hat von dem von was sie redet oder er nicht zumindest eben aufgrund von der verbalen und der nonverbalen kommunikation und natürlich dann auch teils von dem inhalt der darin ist und dass du musst wissen dass du mehr weißt als er und das reicht jedoch schon vollkommen aus um dann in diesem kontext den gegenüber zu überzeugen einfaches beispiel du bist jetzt in der polizeikontrolle drinnen ja und jetzt machen die einmal das fenster auf und dann sagen die ok fahrzeugschein und führerschein bitte und dann gibst du ihn raus und danach sagt er zu dir hey alles klar muss man kurz rausfahren würden jetzt einmal kurz einen urintest machen wenn du jetzt keine ahnung hast von der gesetzeslage dann wirst du ja dem polizisten vor allem klar ist ein doofes beispiel weil ein polizist man glaubt ihm sowieso schon alles was er sagt man möchte auch keinen stress haben oder ähnliches aber dann glaubst du ihm ja und sagst ja ist klar ich fahr jetzt raus und machen urintest wenn du jetzt aber die gesetzeslage kennst zum beispiel dann weißt du ja auch dass du diesen urintest verweigern darfst mal zum beispiel ich kann mich jetzt nicht mega aus damit aber als beispiel du wüsstest ja dass du ihn also dass du ihn verweigern könntest dann wüsstest du dass die konsequenz daraus ist dass sie dich entweder weiterfahren lassen oder dass sie sagen alles klar dann kommst du mit auf die wache so um den bluttest zu machen auch den bluttest könntest du verweigern und dann müssten die erst mal einen gerichtsbeschluss besorgen um dich dann mehr oder weniger gerichtlich dazu zu zwingen weil sie einen tatverdacht haben einen bluttest zu machen das heißt also wenn du diese ganzen infos nicht hast dann sitzt du ja da und denkst okay doof alles klar dann mache ich jetzt halt den urintest egal ob du jetzt was zu verbergen hast oder nicht das gleiche passiert hier in dem kontext dass du jetzt wenn du dass der interessent bei dir derjenige ist der das auto fährt und du der polizist bist wenn es um dieses thema geht weil dein interessent im regelfall ja keine ahnung hat von dem thema und du ja einfach sprichst erzählt sowohl und das so sicher und sauber überbringst weil du dich haben damit auskennst wenn du dich nicht damit auskennst dann funktioniert es natürlich nicht dass dein gegenüber von alleine überzeugt ist weil er muss das ja so annehmen weil er ja gerade nicht prüfen kann und wahrscheinlich auch nicht prüfen wird ob das jetzt wirklich so ist oder nicht so ist schwieriger wird es natürlich wenn du dann mit leuten zu tun hast die sich in ihrem metier auskennen und dann passiert wieder genau das gleiche du musst dich halt besser als sie in diesem metier auskennen